Hallo Leute, heute stellen wir uns ein Team zusammen, ich und mein Freund, der hat uns im Anfang gemäßt, dass jeder sich erst mit 3 Geiler am Anfang ausgesucht hat. Ich habe mir Vanadoo, Camo und Ignite ausgesucht. Ein Freund hat sich ein Lightning-Bord, Such und Geld hat ausgesucht. Okay, ich fang mal an, nicht gerne an zu ziehen und ich fang einfach mal an und ich ziehe, ich fang einfach mal an und ich ziehe, mein Freund dran und er zieht. Planklinger, ich ziehe Hex, mein Freund zieht Chop Chop, ich ziehe Spyro, mein Freund zieht Puma, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe, ich ziehe. Ich habe nicht gar nicht mehr gehört, ich sage, mein Freund zieh. Wolle war ein, ich ziehe. Ich ziehe. hier ist es gut. kissen, will є hi conden. Das sieht gut aus. Ich habe Dumpsmaß. Rapp. 2.000. Das ist alles gut. 2.000. Oh mein Freund hat. 1.000. 2.000. Ich weiß nicht ob es der Scheibe und die Wäcke. 2.000. 2.000. 2.000. Dablet Homme. 3.000 nochmal. Und ich sehe Rock. Komm noch heißer werde. Freundin auch Sonny puntos. Keiner weiss ob es scheinbeautet Unternehmen sind. ich fiel ich fiel und und ich habe und wollen war auch die ich habe euch gut ja